Moin Moin, willkommen hier auf Voluntra.net Ich spiele heute mal mit Shader und werde dann später mal den Shader ausmachen, um einfach zu zeigen, wie Minecraft wirklich ohne Shader ausschaut. Ich habe jetzt jahrelang mit diesem Shader schon gespielt und für mich wird das wahrscheinlich ungewohnt sein, den Shader auszumachen. Also würde ich sagen, machen wir das mal und fliegen einmal durch die Lobby ohne Shader. Also let's go! Und so sieht das Ganze aus ohne Shader. Wir ändern mal die Sicht, zack zack, und fliegen einmal über Voluntria, über die schöne Lobby, hinüber hinweg und es sieht komplett anders aus, weil der Shader, der so heißt Renovate Shader, macht das alles dunkler und schöner und so sieht es halt normal aus, bevor es halt noch keine Shader gab und es ist halt mal was komplett anderes. Also, kommt gerne auf Voluntra.net auf den Discord-Server. Die Adresse ist Voluntra.net.discord und da gibt es ein richtig cooles Gewinnspiel und benutzt ihr einen Shader für Minecraft oder keinen Shader. Also wir sehen uns. Ciao, ciao!